Heute haben wir die Heda, den Ferdi und die Chiara. Super. Alle drei Gruppe. Ja. Die Chiara will den Ball. Der Ferdi gibt ihr natürlich den Ball nicht. Und die Kleine. Brabe Pippi. Die rennt gar nicht mit, weil es gegen die Dicken hat es keine Chance. Die bleibt bei mir. Das ist der Vorteil, wenn sie so 19 Wochen alt sind. Ja, hast du den Ball nicht erwischt? Da ist der Ferdi mit dem Ball. Super. Und los geht's. Und die zwei Düsen. Es renkt gerade, da ist eh keiner da. Sie macht sich dabei da ihren Spaß. Und erkundet die Gegend. Ja, hast du ihn wieder nicht erwischt? Da ist es ein der Ferdi, der Ferdi. Und die zwei Mädels vertragen sich auch wunderbar, als ihr seht. Ja, da ist ja der Ferdi mit dem Ball. Und jetzt geht sie weg. Nein, Chiara. Das Problem ist, wenn sie den Ball will und er ihn nicht gibt, dann hat er natürlich das Rechte. Uah, scheiße, du stehst hinter mir. Dann hat er natürlich... Also die zwei. Und ihr seht, das funktioniert aber einwandfrei. Das ist alles getimt. Das klingt nur schlimm. Da ist nichts. Ja, mach mit. Chiara! Au! Ei! Chiara! Chiara! Schluss jetzt! Nein! Schluss jetzt! Jeder normale Hund versteht die Signale. Die Chiara kennt den Pferd schon zu gut. Ich weiß, der macht ja nichts. Der macht gerade noch. Geh, Pippi! Du bist zu langsam. Musst du schneller werden. Dann erwischst du auch den Ball. Also fahrt wird er nicht. Geh! Super Pippi! Wo ist meine Super Pippi? Zwei Super Pippi jetzt. Stopp! Ich komme irgendwie nicht weiter. Immer einen halben Meter. Heute wird es wieder eine lange Runde herkommen. Ich heiße, komm, wir gehen schnell, bevor die Ticken wiederkommen. Schnell, bevor die Ticken wiederkommen. Und da ist die eine Ticke wieder. Und der zweite Ticke kommt auch schon. Und der zweite Ticke kommt auch schon. Und sie geht aber ins Gebüsch. Jetzt sind wir alle im Gebüsch. Ui, das ist ein spannendes Gebüsch. Ticke, Ticke, Ticke. heute so fast 2 fast 2